Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lulua. Ja wir müssen noch ein bisschen was craften. Ich bin mal die Sachen durchgegangen in dem Buch, also die ersten beiden. Und das eine ist angeln, wir werden also gleich noch eine Runde angeln gehen. Und das zweite ist halt ja dieser Orb, den wir herstellen müssen. Und da habe ich mal probiert, ist es eventuell die Kristallkugel, die wir neu bauen müssen in besserer Qualität. Aber es hatte keinen Erfolg gebracht. Und dann gab es noch eine zweite Sache, nämlich die Pseudosonne. Da dachte ich, das ist ja auch so eine Kugel. Die können wir noch mal in hoher Qualität herstellen. Hat aber auch nichts gebracht. Und dann bin ich mal die Sachen durchgegangen, was irgendwie kugelförmig aussieht. Und da bin ich auf diese Dreamvision hier gestoßen. Das ist zwar keine direkte Kugel, aber vielleicht ist es damit gemeint. Und weil es eine neue Sache ist, stellen wir die natürlich gemeinschaftlich auch her. Das, was ich schon mal vorbereitet habe, ist die Polierpaste. Wir hatten nur noch einmal Polierpaste. Und das habe ich jeweils auch schon gemacht. Jetzt können wir also mal gucken. Das ist ja irgendwie so ein Gegenstand für einen Kampf oder so, glaube ich. Sollen wir mal eben gucken. Ich nehme hier meinen Standard-Arland-Crystal. Und... Achso, genau. Das war das alte. Das eine, was wir noch hatten. Und das hier habe ich halt neu gebaut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Entweder lila oder blau. Also Eis oder Blitz können wir da rechts noch hinzufügen. Distort Perception. Ist ja irgendwas, was negativ ist. Also trübt die Wahrnehmung. Ist also kein Gegenstand, den wir uns auf uns selbst einsetzen, sondern wahrscheinlich auf die Feinde. Welche Awakening-Effekte werden dann noch ganz gut. Ne, das ist doch ein Buff für uns hier alles. Hm. Dann will ich erst mal wissen, was passiert denn, wenn wir jetzt hier Blitz steigern. Action-Cut? Ich nehme das gleich wieder zurück. Ich will nochmal eben sehen. Action-Cut, M und so weiter. Hm. Dann müsste man natürlich mal wieder wissen, was ist mit Action-Cut gemeint. Also Aktions-Schnitt. Ähm. Sortieren wir mal nach Eis. Eis ohne Blitz. Ähm. Das ist gut. Ja. Ich bin eher neugierig auf Blitz. Hier hatten wir nochmal Eis. Temp-Erfahrungspunkte ab Level 3. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn man das hat, ne. Ach, warte mal. Das hier hat jetzt auch zu viel Rot, ne. Da muss ich auch nochmal drauf achten. Obwohl Rot, können wir später noch entfernen. Wir könnten auch Eis entfernen. Hm. Multiply. Das wäre noch ein super Trade übrigens. Fällt mir gerade auf. Da könnte ich auch mal drauf achten. Dann müssen wir später Eis entfernen. Ich guck mal nach Erde. Erde und Feuer ist ganz blöd. Das ist alles. Also warte mal. Jetzt haben wir da unten Awakened Water. Das will ich nicht haben. Hm. Temp-Crit-Rate up. Das klingt ganz interessant. Das nehme ich ja mal mit. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir ganz viel Erde und Wasser. Erde und Feuer ist blöd. Erde und Wasser. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Die Erde ist hier mal ein Wasser geknüpft. Awakened War. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ähm. Death up Level 4. Klingt auch noch ganz gut. Gut. Ja, warum nicht? Können wir einen von nehmen? Ja, gut. Hmmmm... Ja, das ist eigentlich schon sehr gut. Ja, und hier muss ich mir jetzt nur noch einen vernünftigen Trade raussuchen. Was ist das? Random Number, mhm. Usus plus 2 haben wir schon. Boost by Count. Das klingt ganz gut. So, jetzt müssen wir erstmal den hier setzen, so. Und jetzt können wir uns quasi entscheiden. Entweder wir entfernen alle Eispunkte und schlagen sie Blitz drauf, oder es reicht auch schon, die Eispunkte komplett zu entfernen, überhaupt. Oder wir entfernen die Blitzpunkte und schlagen sie in Richtung Eis drauf. Aber ich bleib jetzt mal, ich will mal Blitz haben. Nimm dafür also ein Boost-Item, was das bringt. Da lese ich mir jetzt gar nicht den Text durch, sondern gucke einfach nur rechts, wo die Striche passen. Und das wäre hier Moonbeam-Stone. Doubles Lightning-Attribut. Ach, das gibt's auch noch. Achso, das kostet natürlich auch die Hälfte der Qualität. Gibt's da nicht noch was Besseres? Achso, genau. Wir können auch Feuer und Eis tauschen. Hm. Achso, da haben wir das andere Problem dabei. Feuer. Distorts World. Hm. Wieso habe ich nichts, wo ich Eis entfernen kann? Increases. Fire für 50% Eis. Okay. Ja, das geht so nicht. Ne, dann müssen wir das machen mit Doppelblitz. Dann haben wir nur halbe Qualität. Aber ich bin halt neugierig, was die, ähm, was die Effekte genau sind. Distorts World und Action Cut L. Da bin ich dann auch bereit, auf Qualität zu verzichten. Auch wenn wir gelernt haben, dass höhere Qualität auch den Effekt des Items steigert. Achso, und wir müssen uns, ah, Moonbeam Stone mal merken. Mal eben gucken, haben wir genug Punkte hier für unsere TP. Okay. Das heißt, wir brauchen 25 plus 15 sind 40. Plus bei Count werden 62. Das reicht irgendwie nicht. Haben wir hier noch einen anderen? Ne, da nicht. Da geht's auch nicht. Hier unten. Ach, das ist das Multiply, was ich gerne hätte. Hier ist das Plus bei Count, was wir dann aber nicht verwenden können. Also kann der schon mal raus. Und stattdessen... Warte mal, der hat Blitz und... Ja, das wäre schon ganz gut, ne? Blitz und Eis. Reicht mir dann nicht. Ich muss Erde voll haben. Das würde auch nicht gehen. Das müsste schon so einer hier sein. Okay. Was ist Re-Deck? Nein. Das Gegenteil von Multiply. Drei Uses entfernen. Ne, gut. Dann machen wir das mit dem Max TP Maximization. Und wir haben jetzt 70 Punkte. Können Multiply und Uses nehmen. Sind 40. Critical Hit werden wir hiermit, glaube ich, nicht nutzen, oder? Ist das jetzt... Das ist doch eigentlich für uns ein Buff-Gegenstand. Kann der kritisch treffen? Man weiß es nicht. Hm. Ich probiere das trotzdem mal. Ich nehme mal Critical Finish und die beiden Uses mit rein und dann passt das. So, jetzt den trotzdem das Boost-Item nicht vergessen. Oh, Beamstone. Okay. Ach so. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Mist, Mist, Mist. Wir brauchen das doch in hoher Qualität. Mein Gott. Vielleicht reicht es noch, wenn ich jetzt hier sage Ultra-Quality. Dann haben wir es auf 81. Dann auf Multiply und Uses. Nein. Ich muss den noch mal ganz schnell machen. Vielleicht ist es aber auch nicht der Gegenstand, den wir brauchen. Das kann natürlich auch alles sein. Das war jetzt ja nur ein Versuch. Ich nehme jetzt hier irgendwas. Ich nehme jetzt hier irgendwas. So, jetzt haben wir den noch mal mit Qualität 201. Das ist gar nicht der Gegenstand, den wir brauchen. Hm, was kann es denn sein? Ein God Orb depicting the world. Und es ist am Alchemie-Kessel. Wir müssen also was craften. Wir müssen jetzt das machen. Hm. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Ein Orb. Ach so. Depicting the world. Ein Orb, der die Welt darstellt. Ein Globe. Das ist jetzt schon der vierte Gegenstand, den ich crafte, also wenn man jetzt dieses eine Teil, das wir gerade gemacht haben, wenn man das als Eins sieht, das habe ich jetzt seit zweimal gecraftet, aber der vierte verschiedene Gegenstand, mit dem ich jetzt versuche, das Alchemy Riddle da zu befriedigen, dass wir da einen neuen ein neues Rezept bekommen. Fatal Buster, wofür haben wir das mal gemacht? Egal. Ein Erfahrungspunkt nochmal dazu, und das ist es natürlich, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Eine Kugel, die die Welt darstellt, so hätte man direkt als erstes drauf kommen müssen eigentlich. Gut. Achso genau, angucken, was wir dadurch craften können, aber das ist ja nicht schlimm, diesen anderen Gegenstand mussten wir sowieso herstellen, also ich will ja auch irgendwas, alles was wir craften können, will ich ja auch nochmal craften. So, damit haben wir Sunflare, und wir haben das Kapitel komplett abgeschlossen mit allen Nebenaufgaben, und wir haben noch ein Quality Limit Release, das heißt, wir hatten tatsächlich noch eine Begrenzung, was die Qualität betrifft, das war mir gar nicht bewusst, wir haben ja schon Sachen über 200 hergestellt, ich weiß nicht, wo jetzt da die Grenze war, die haben wir bisher noch gar nicht ausgereizt. Äh, Moment, genau. Achso, jetzt das nächste, das wäre denn hier, das müssen wir nochmal eben erledigen, wir müssen mal angeln gehen. Und zwar wird es hier am Anfang sein, also laut der Beschreibung des Alchemie-Wildens, gibt es hier einen Angelplatz, ja zwei Stück sogar. Ein riesiger Inselfisch, den haben wir noch nicht gehabt. Level 50. Achtung? und das war der wächter haha hier konnte ich wenigstens vernünftig lesen und hatte direkt die richtige idee manchmal auch glück haben so direkt wieder zur weltkarte genau und den gegenstand den wir geschafft haben die ausrüsten wäre schon noch mal irgendwann das ding ausprobieren ja das missteil hier kann weg den dream vision mal hin und ich will trotzdem noch mal eine sache jetzt hier machen weil bei der letzten geschichte hier ist was mich schon die ganze zeit irritiert hier muss man feierbombe user sein most powerful flame ist halt noch eine andere geschichte das ist klar das müssen wir irgendwann mal herstellen aber was ist mit feierbombe user gemeint ich meine ich habe ja schon ganz ganz viele feierbomben eingesetzt und deshalb möchte ich jetzt noch mal eben eine hochwertige ach so dass das zählt auch als feierbombe terra bomb denn bei der genau bei der bombe steht ja auch nicht dass es feierbombe ist also mal kurz gucken dass das feierbombe blablabla ist wunderbar wird das bei der terra bombe auch stehen ja okay vielleicht ist mit feierbombe user auch die terra bombe gemeint das heißt die möchte ich jetzt gerne noch mal herstellen das ist eigentlich egal so tafl wird haben wir auch nur zwei verschiedene ob das mit der erde wäre noch besser nämlich auch mal erde guck mal da haben wir noch unser heu das öl ist auch super das hat ein punkt erde weniger hat dafür noch great destruction und adjust ich weiß nicht was haben wir hier für trades alles tp da haben wir tremendous destruction und adjust ich brauche also dieses adjust von hier unten gar nicht nehmen wir also das öl so dann haben wir hier auch feuer und erde wieder wenn empfangen ist natürlich auch ein super trade den gegner mit dem feuer noch vergiften jetzt suche ich hier noch mal nach einem vernünftigen awakened effekt heißt der mitsch noch mal obendrauf kann man machen mit unserem schirm ja und multiplie ist dann auch beides auch schön ich glaube ich opfer hier mal den schirm so jetzt würden uns zwei punkte rot fehlen was überhaupt kein problem ist und wir haben dann halt erde auf beiden seiten voll jetzt könnte ich noch mal gucken was bei blitz los ist overkill explosion ist sicherlich auch schön kriegen aber so einfach nicht gebacken ich kann jetzt nicht einfach erde und blitz tauschen haben wir oben dissolving heat l auch nicht mehr also wir müssen das schon so lassen wie es jetzt hier ist eben mal nach den trades gucken 170 tp haben wir wie geht das denn dann nehmen wir auf jeden fall multiply mit rein dann haben wir sechs anwendungen nehmen wenn empfangen mit rein 51 ja und wahrscheinlich tremendous destruction oder nehmen wir das würde genau das gleiche bringen haben wir hier noch was mit anderen trades also da ist schon das zu machen handcraft das ganz blöd das ist schon das beste haben wir noch mal multiply hier unten haben wir auch multiply silent fang bringt mich nicht weiter den kuchen weiß ich nicht area bonus das ist zu wenig rot also wir dürfen nur zwei rote striche fehlen das muss man anders sortieren ja da haben wir genug wenn nicht unbedingt also doch es würde auch gehen spirit of flame 120 fire damage ist mir zu wenig final strike 30 prozent mehr wenn wir nur noch eine anwendung haben das bringt sich etwas plus das ist genau das was ich gesucht habe du hier rein so als boost item nehmen wir halt eine sache die zwei erdpunkte bringt bei den trades sehen wir jetzt multiply dann haben wir sechs use counts sechs use counts bringen zehn prozent jeweils mehr also 60 prozent mehr damage das sind dann zwei sachen und als drittes dann entweder wenn empfangen oder wir sagen noch mal mehr fire attribute magic damage dann bin ich sogar in diesem fall mit dabei das hier zu nehmen weil zum vergiften und so haben wir noch unseren anderen gegenstand und dann machen wir hier lieber noch mehr damage ja ja das ist der plan qualität 86 sollte auch ausreichen also hätten gesagt erstmal multiply dann boost bei count und dann noch spirit of flame ach so das ist schon unsere bomb of ultimate destruction das ist ja weil die zweite sache abgesehen von firebomb user die wir nehmen mussten und hier gibt's ein event es gibt eine anmerkung bezüglich dieses großverkaufs den er macht und wir können jetzt noch mehr gegenstände registrieren das ist schön das erste wird dann sein die terra bombe kosten tausende das geht ja wir haben jetzt wieder 70.000 so dann packen wir die hier mal rein was kann denn noch weg diese zweite kanone die kanone hat mich eh enttäuscht die andere kanone kommt wahrscheinlich früher oder später auch noch weg so das haben wir jetzt erfüllt das hier haben wir auch erfüllt damit ist kapitel 8 auch komplett so dafür bekommen wir das rezept für eine super helix route das heißt es ist noch eine bessere andere route so wie es aussieht und noch für eine andere spitzhacke die spitzhacke brauchen wir nicht wir nehmen da unsere mining bomb aber ich werde es natürlich trotzdem craften und ordentlich erfahrungspunkte und noch ein rezept für ein rainbow supplement gut das nächste was wir dann machen müssten das heißt wir haben hier wirklich jetzt da alles okay das heißt es gibt noch eins zwei dinge die wir für das alchemy riddle freischalten müssen abgesehen natürlich von unserer hauptaufgabe jetzt aber bei den nebenaufgaben das ein eine ist eine mandrake pflanze achso die haben wir gefunden genau das ist da oben blau dargestellt wir brauchen noch ein qualitativ hochwertiges medizinisches pulver das werden wir jetzt gleich eben herstellen und hier war ja diese geschichte mit firebomb user da werde ich dann in den kämpfen mal versuchen ganz ganz viele terrorbomben einzusetzen und ich nehme vielleicht sogar noch eine normale firebombe auch mit muss ja irgendwie gehen mit gewalt erzwingen die bombe kommt raus ich hab's ja schon angedeutet ach so genau und die terrorbombe wenn die nächste fertig ist das könnten wir eigentlich oder wollen wir das jetzt schon mal machen jetzt lassen wir noch mal hier drin aber wir können die dann als interrupt item auch einsetzen bestimmt effektiver als das craft oder wir werden es sehen das omega craft was wir da jetzt drin haben so medizinisches pulver sollten wir hinkriegen ist wahrscheinlich hier wir haben doch noch einiges zu craften muss ich sagen da war ich ein bisschen nachlässig hab die priorität auf andere sachen gelegt das nach qualität sortiert nee ok da ist 100 ist ok das ist auch gut das ist multibonus nee das will ich nicht opfern ja das pulver kann jetzt zwar nichts aber es hat eine hohe qualität was macht das nochmal verstehe ich nicht ganz was das bewirken soll aber sehr gut ich liebe es wenn ein plan funktioniert so damit kommen wir jetzt ein drachen elixier herstellen ach ja dachte gerade warum kriegen wir das die chapter reward nicht ja weil wir unsere hauptaufgabe noch nicht erfüllt haben daran wird es liegen kann man eben sicher gehen dass wir hier hinten jetzt alles haben ne wunderbar das heißt es fehlt uns jetzt nur noch firebomb user und die sache hier to keep hope alive und da mussten wir metall herstellen und dann nochmal eine sache entschlüsseln ok dann werden wir das metall jetzt auch nochmal herstellen ich will jetzt nicht nächste folge hier nochmal wieder am kessel stehen direkt am anfang ok dann ok dann so da sollten wir auch mal drüber nachdenken aus diesem metall machen wir vielleicht eine rüstung oder eine waffe oder so das heißt wir müssen da vernünftige trades veranstalten und vernünftige hier würde mir dann auch nur die qualität einfallen ja ist okay hier weiß man noch nicht irgendein der attribute bräuchte man denn was hat das sowieso das feuer hat sowieso und er hat es auch sowieso ein bisschen das heißt es wäre vielleicht ganz gut hier die erde noch mal hinzuzufügen ja da bleibt hier der komet übrig eigentlich müsste ich noch jetzt noch mehr von diesen comments kraften so war ich schlecht dass das will ich gar nicht von den attributen her das hat 5 mal was wir nicht brauchen dreimal blitz was uns schadet und dreimal erde und einmal feuer was ganz gut für uns wäre aber es ist nicht nicht das was ich haben möchte nehmen nehmen wir einen anderen awakened effekt erde plus 1 wäre eine möglichkeit oder awakened metal ist das nicht sowieso schon metal müsste sowieso schon metal sein quality 30 wie sieht es damit aus scharper das wäre was für eine waffe 7 bis 10 prozent also ich denke jetzt an sterk dass der mal eine neue waffe kriegt weil der uns ja immer unterstützt von hinten so dann oder place artefakt macht heilung bei bewegung die fans mega chart wenn wir jetzt in richtung waffe gehen bringt uns das nicht viel crystal protection def plus 15 aufkühlen das plus 10 prozent das war aber nur für rüstung wieder okay dann müssen wir doch richtung rüstung gehen und satz mega chart die speed mega chart so dass wenn nur accessoire aus dass das bis 15 prozent ist natürlich auch super das wäre auch für rüstung warte mal dann gehen wir in richtung rüstung und ich würde sagen die christelle protection so dann brauchen wir hier was was noch tp erzeugt würde ich sagen so und jetzt haben wir ein problem weil wir die roten gelben balken nicht vernünftig voll kriegen blitz genau wir können blitz in erde verwandeln hoffe ich mal dass es geht wenn wir blitz wegnehmen ja das wäre schon okay das heißt ich sortiere mal nach erde dragon regeneration was ist das auch wenn wir uns bewegen bekommen wir hit points zurück das ist zu wenig auch also wenn es unterwegs ist wenn wir schritte gehen müssen wir uns sowieso nicht heilen und wenn es in der kampfrunde ist und wir kommen wenn wir dran sind 20 hit points zurück da können wir auch drauf verzichten ne dann gehe ich nochmal zu den stats plus 8 prozent so trades sonic throne infernal mark gemeinschaftlich bringt irgendwas tolles das wird aber kein trade sein den wir jetzt hier verwenden das ist nur schade dass wir so einen hochwertigen trade ich glaube 50er haben wir überhaupt noch nicht gehabt dass wir den jetzt hier verschwenden also das wäre ganz gut und da hätten wir 51 dann oder das ist auch nicht schlecht top great hardness haben wir faint resistance noch oder die 8 prozent das ist aber für wahrscheinlich auch für stirk oder für nico ist die rüstung mit metall die leute die vorne stehen tragen glaube ich keine metall rüstung deshalb würde ich eher zu diesem basic stats 8 prozent gehen haben wir da 13 plus die 51 64 passt also wunderbar jetzt müssen wir nur noch ein vernünftiges boost item finden man könnte ganz primitiv blitz und erde tauschen das bringt uns nix das bringt uns einen roten balken besser also einen großen roten balken schauen wir mal wie hier die striche sich so verhalten das wäre ganz gut 50 prozent des blitz also blitz verschwindet und 50 prozent des ursprünglichen blitzwertes wird bei erde aufgeschlagen dadurch steigern wir rot und gelb das ist doch schon ziemlich gut qualität geht um 30 prozent runter aber und es überall die man soundwave heißt der trade interessant würde auch keine sache sein die ich gerne nutze also dass wenn es auf eine bombe gesetzt wird dieses trade macht die bombe halt nur noch halben schaden aber braucht auch nur noch ein viertel der ausführungszeit das heißt effektiv macht man schon viel mehr schaden man hat natürlich aber auch einen deutlich hohen umsatz und dafür muss man 50 trade punkte opfern für die 50 trade punkte kriegt man sonst vielleicht auch schon den doppelten schaden oder sowas von der bombe durch adjust plus und solche sachen und great destruction und so naja wir wollen die stats plus 15 prozent das hier achso ne wir hatten gesagt die stats plus 8 prozent nochmal und jetzt was hier oben hp und mp plus 15 weiß ich nicht ja crystal protection wäre eine ganz gute sache oder topgrade hardness wir gehen nochmal dann crystal protection falls er mal nach vorne kommt wer auch immer die rüstung trägt dann ist ein bisschen besser geschützt aber hier schwank ich wirklich topgrade hardness ich weiß nicht wie viel ist denn faint resistance 50 wie viel faint resistance haben wir sonst normalerweise 100 oder 500 da könnte man auf die 5 def punkte auch verzichten und das hier nehmen ja ich denke das ist besser 5 punkte def mehr oder weniger merken wir kaum aber faint könnte später ein problem werden wenn alle unsere leute ständig in ohnmacht fallen so level 48 auf 2 level bis 50 bis max level jo prima dann können wir nächste folge mal nach dieser schrifttafel suchen die uns hier in der hauptquest weiterführt und danach werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was craften hier das sind noch so viele sachen so viele kann man das nicht sortieren nach den sachen die man noch nicht hergestellt hat naja wir gucken nochmal eben ins buch ok und dann sehen wir uns beim nächsten mal wann auch immer das sein wird das jetzt beginnt so die phase wo ich nicht versprechen kann dass morgen eine folge kommt das hängt so ein bisschen davon ab wie ich jetzt zum aufnehmen komme ja spätestens samstag kommt dann die nächste folge wahrscheinlich aber schon früher tschüss 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 Vielen Dank.